Ich kann meine Papp gar nicht aufhören. Ich dreh mich, ich dreh mich. Das ist so ein geiler Moment gerade. Digger seit dem Fortnite-Spiel hatte ich noch nie so einen krassen Moment. Noch nie. Ich auch nicht, ich auch nicht. Digger TriVex, du bist wirklich der Beste. Es wird erstmal ausgedruckt, die Bruder. Ausgedruckt? Ich mach die im Rahmen. Ausgedruckt? Wenn du das for real machst, dass wir in den Video 20 Euro bekommen, das wären einfach 60 Euro, die du verlierst. Oh, das stimmt. Aber ich nehme die natürlich. Ah, die nennen wir natürlich. Ja, dann kaufe ich mir erst den The Weeknd Skin. Den The Weeknd Skin? Echt? Ich fühl den gar nicht. Doch, der ist geil. Oder ich spare sie mir auch. Sparen? Denn sparen war ich immer scheiße. TriVex, es gab eine Frage. Guckst du eigentlich auch deine eigenen Folgen aus Seven World's Wild? Ja, natürlich. So wie Sascha Huber oder Bieder Eis? Ja. Eine Frage zu Seven World's Wild. Sind da auch Kameramänner dabei? Oder wirklich nur ihr? Natürlich nicht. Ich wurde auch im Stream gefragt, ob wir bei Seven World's Wild hungern mussten. Natürlich muss den Bogen an. Ja.